Es ist wirklich ein Null-Problem. Wir haben eine Kapazität von etwa 14'000 Fahrzeugen und es sind im Schnitt etwa 10'000, die fahren am Tag. Das ist ganz andere Situation als im Sommer. Ich werde Herrn Gasser vor Iloni reden lassen. Letzte Woche war ich im Bündnerland und sagte, seine Lastwagen fahren ins Engadiner. Er geht nicht auf die Bahn, da rein kommt er, da rein kommt er Wasserbrettungen und selber trinken. Darf ich jetzt fertig reden? Bei der Wahrheit bleiben, wir fahren mit dem Verladen, wir fahren mit Containern. Wir sind 1 auf 3. Wenn wir Euro 3 fahren... Nein, nein, nein. Bei der Wahrheit bleiben. Einer und der sind letzte Woche in einem Silowagen im Engadin, das kann man alles auf der Bahn als Beweise. Ein Britscherlager, natürlich haben wir Britscher. Das sind Auflieger, du musst genau aufhören. Entschuldigung, Herr Gasser, Entschuldigung, Herr Gasser, wenn wir alle gleichzeitig reden, wenn wir alle gleichzeitig reden, dann hören wir zu. Herr Gietzedano, Sie haben das Wort. Ich bin froh, danke vielmals. Gasser hat gesagt, es ist wahr so. Und jetzt sage ich Ihnen... Er ist anderer Meinung. Ich wollte Ihnen vorhin ganz deutlich sagen, die 650'000 Lastwagen. Herr Arnold, in Staunen, was Sie wissen, obwohl Sie nicht Transporteure sind, es waren 412'000 S-Verkehre. in die Schweiz lateral und bilateral gefahren sind und die anderen 200'000 haben dazu gelassen. Jetzt muss ich Ihnen etwas sagen. Warum sind wir denn nicht von diesen 1,2 oder 1,3 Millionen runtergekommen? Wissen Sie warum? Weil wir keine Kapazitäten haben. Ihr darf hier jetzt noch mal fertig reden, Gott? Ich gehe doch hei, das hat doch kein Wert. Bleiben Sie da, Herr Gietzedano. Warum müssen Sie das nicht korrigieren? Ich kann Ihnen gleich das Wort geben. Das ist unglaublich mit Ihnen. Herr Gietzedano, das letzte Wort, das ich Ihnen gegeben habe, war Ihnen. Das letzte Wort war Ihnen. Sie haben ihm eine Frage gestellt. Versuchen Sie es nochmal, machen Sie einen Punkt und dann ist Herr Arnold da. Wir haben von der Hauptpacke her, ich probiere es jetzt noch, jeden Tag, wir kommen nicht ins Tessin. Wir kommen nicht nach Italien, wir sind kontingentiert auf der Bahn. Sie können es vielleicht auch übergeben sein, als wenn die Zahl der Hauptpacke, wie viele Stornierungen wir haben.